So, liebe Leute, ich bin traurig. Ich bin richtig traurig, deswegen gucke ich hier auf den Boden. Ja, nicht weil das Spiel so anfängt, sondern weil ich einfach traurig bin. Nein, also man guckt immer, wenn man das Spiel startet, immer auf den Boden. Ich bin hier erstmal im Überlegen, wo bin ich denn, wo bin ich denn und darf dann erstmal nach oben gucken. Oh, Entschuldigung. Ach, ihr seht, vor lauter Traurigkeit muss ich sogar husten. So, ich bin traurig, weil ich den Weg nach Hause nicht finde. Nein. Ich bin traurig in dem Augenblick, weil ihr ein oder zwei Folgen Savage Lands verpasst habt. Und ich bin dafür echt, es tut mir sowas von derbe leid. Ich werde mich in einer gewissen Form noch erkenntlich zeigen, dafür, dass ihr die Geduld gehabt habt, hier wirklich diese eine Folge abzuwarten. Hintergrund war der, vielleicht habt ihr auch das schon in anderen Folgen mitbekommen. Ich möchte es hier trotzdem nochmal erwähnen. Erstens mein Umzug, er hat mich doch ein bisschen härter getroffen, als ich dachte. Und zweitens meine eigene Dummheit, ich habe nämlich Windows 10 installiert. Was, der hat Windows 10 installiert? Ja, ich habe Windows 10 installiert, ja. Dann kam dazu, dass ich dann noch Probleme mit diversen Rendereinstellungen hatte, die mir dann auch nochmal alles verhauen hatten. Und insgesamt war es einfach alles, es hätte nicht alles gleichzeitig sein müssen, um es mal so auszudrücken, ja. Es hat mich wirklich derbe nach hinten geworfen, aber ich kann sagen, Windows 10 ist ein schönes Betriebssystem, selbst wenn es jetzt nur in der Preview-Version ist, ja. Ansonsten müsst ihr mal unten bei euch gucken. Wahrscheinlich habt ihr jetzt schon Werbung zu Windows 10 erhalten. Ja. Ich kann es nur empfehlen. Es läuft bei weitem flüssiger, bei weitem schneller. Und, äh, das Spiel selber läuft jetzt hier bei mir statt sonst immer in meinen 30 Frames, dann doch schon mal teilweise in 60 Frames. Also, es schwankt immer so, äh, je nachdem, wie man halt guckt, dann, ja, komm her. Jetzt zum Beispiel habe ich, äh, 60 Frames, klar, ich bewege mich nicht, aber wenn ich so durch den Weid laufe, dann, genau, 30, wo ich sonst immer abgerutscht war. Ja, also, es läuft bei mir wirklich bei weitem flüssiger. Ähm, die einzigen Probleme, die ich habe, das zählt jetzt an die Arc Age, Leute. Die CryEngine, die, glaube ich, auf DirectX 10 basiert, jedenfalls von Arc Age, ähm, hat da ein paar Probleme, das Ganze darzustellen. Deswegen kann es sein, dass ich da noch ein bisschen am Kämpfen bin, um das Ganze für euch auch darzustellen. Ja, des Weiteren bin ich traurig, weil es kein Update gab. Das Update wurde verschoben nochmal um weitere drei Tage, beziehungsweise für euch waren es ja mit Auswahl dann fünf Tage, aber jetzt sind es nur noch drei Tage. Und, ähm, wie es jetzt dazu gekommen ist, kann ich jetzt aktuell auch gar nicht sagen. Ich habe keine Informationen dazu, weil ich wirklich nicht vom Internet abgeschnitten war, obwohl, doch, kann man sagen, ich war vom Internet abgeschnitten. Ich war durch Windows 10 Update vom Internet abgeschnitten. Oh mein Gott, da sind die, da ist wieder das Wolfsrudel. Den will ich mich jetzt vertunig anlegen. Aber wenn da jetzt schon wieder das Wolfsrudel ist, wo bin ich denn dann? Mann. Ach, sei ruhig. Blöder Elch. Ja, hm. Ich muss dann auch bald wieder mal was essen. Kalt wird mir auch. Also irgendwann muss ich das Wolfsrudel angreifen. Aber ich habe immer noch nichts weiter gefunden. Also, zur Zeit drehe ich mich hier echt im Kreis. Es hätte mir auch irgendwer mal geschrieben, wo ich mich gerade befinde. Aber ich konnte das natürlich wirklich deuten. Also, ist halt das Problem, wenn man da mehrere Folgen aufnimmt und dann, äh, ja, wo war ich? Ach, da meintest du. Aber Moment, wo war denn das nochmal, wo ich da war? Ja? Ich weiß zwar den Zeitpunkt, aber denkt ihr, ich weiß da noch den Weg? Ich könnte eigentlich die Videos lang gucken und dann einfach zurückgehen. Da unten ist nochmal so ein Wolfsrudel. Das macht mir jetzt aber doch langsam Angst. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass ich hier die Stadt noch nicht gefunden habe. Ja! Komm! Und noch einen. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche was ganz anderes. Ich brauche Steine. Ne, was brauche ich? Fleisch. Fleisch brauche ich. Fleisch! Mein Hunger wird auch immer größer. Meine Quip ist auch angeschlagen. Hey, was will man mehr? Ja. Gut. Aber. Kommen wir mal zu einem schönen Thema. Windows 10 wird ja am 29. Juli released. Also ich finde es ein schönes Thema. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, der wirklich, äh, sich überlegt, zu Windows 10 zu updaten, das auch zu machen. Ja. Klar. Es ist dann bis einer der ersten mit Windows 10, ne? Weil das erste Jahr ist ja kostenlos für alle. Von Windows 7, 8. Ich glaube sogar XP wird teilweise supported. Warum sollte man das nicht machen? Ich meine nur, seit wann kriegt man mal kostenlos ein Windows hinterher geschmissen? Okay, manche sagen, sie würden es nicht mehr mehr geschenkt nehmen. Darunter die Linux-Leute oder die Macintosh-Leute. Aber für die Leute, die wirklich auf Windows zählen, ich kann es nur empfehlen. Ja? Auch für Let's Player ist es interessant, weil es da auch eine Aufnahmefunktion gibt. Inwieweit die funktioniert, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich werde es auch irgendwann mal definitiv austesten, ja? Ähm. Sobald ich hier mal, sag ich mal, auch zu Hause angekommen bin, ne? Also, dann kann ich hier auch mal testen, ja. Gut. Ähm. Ja, Savage Lands. Äh. Demnächst ja, wie gesagt, das Update, was ich auch vorhin schon erwähnt habe. Ähm. Wird es mal wieder ein paar KI-Anpassungen geben, Balancing und, 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 und. Aber leider kaum etwas Neues. Wollen die Entwickler auf so einen kleinen Aha-Effekt warten? So, boah, aha, so war das gemeint. Oder was haben die vor? Oder wollen die jetzt erstmal echt unbedingt die Intelligenz hochbringen? Weil ich finde jetzt doch, selbst wenn die Intelligenz jetzt nicht ganz so toll ist, ja, könnten die Gegner dann mal, äh, außen vorgelassen werden, dass man, was weiß ich, dass man mal was anderes bauen kann. Dass man, was weiß ich, Essen anpflanzen kann. Ja, das ist ja auch so, weil wir so Essen anpflanzen, ja. Wenn man sich ja mal so eine Möhre nimmt oder so und dann da die einsät oder was weiß ich. Also so, äh, in diese Richtung, ne. Ich meine, bei Rust wird es demnächst eingeführt in diversen anderen Survival-Games. Jetzt ist das schon gang und gäbe. Und ja, weißt du ja, wenn du dich lernst, ja, dauert es halt noch so ein bisschen, ne. Ähm. Ich wollte gerade sagen, wollt ihr nicht wegrennen? Wenn ihr nicht wegrennen wollt, dann nehme ich euch auch gerne zum Frühstück. So ist es ja nicht. Oh, lecker, ein Rät zum Frühstück, mhm. Oh, jetzt muss ich aber wirklich mal was essen. Okay, komm. So, und jetzt hat mir jemand gesagt, man muss hier einfach immer nur drumherum rennen, um die Gegner. Äh, nee, also die drehen sich irgendwie mit. Also da hat jemand wohl ein bisschen was, äh, in der falschen Erinnerung gehabt. Darf ich pfeilen, ne, deswegen. Okay. Also wenn ich jetzt nicht bald echt ein Plätzchen finde. Wird es echt eng. Kann ich das vielleicht reparieren? Ähm, wo war's? Da war's. Repair. Steinschwert. Longbow. Aha. Babotte. Kräftding. Vier von drei. Ach, ich brauche eine... Ah, eine Schmiede. Ich brauche eine Schmiede. Das ist natürlich sehr gut. Freut mich natürlich, dass ich eine Schmiede brauche. Besonders möchte ich mal sehen, wie man in einer Schmiede dann da mit einem Seil rumhantiert. Ja, ähm... Ohne irgendwelche Ärzte und so weiter. Okay, klar, man muss da ein bisschen Realismus schon setzen, aber das finde ich dann doch ein bisschen... Äh... Abseits vom Realismus. Kann man jetzt aber halten, wie man möchte. Vielleicht seht ihr das sogar noch ganz anders als ich. Sind das da hinten jetzt Häuser gewesen, oder nicht? Ja, du haust bestimmt ab. Ja, du auch. Ist schön. Waren das da hinten jetzt Häuser? Das hattet ihr doch auch gesehen, oder? Hinten am Horizont. Da fällt mir gerade der Udo ein. Hinterm Horizont geht's weiter. Kein Wolf in Sicht. Hinterm Horizont wird's heiter. Dort ist ein Wicht. Was ist das denn für eine offene Pläne? Wo will der hin? Bleib da! Du hast bestimmt was Schönes bei dir, ne? Ah, da ist wieder so einer. Oh, der ist ein bisschen härter ausgerüstet. Oh, der hat's mal drauf. Der hat es drauf, definitiv. Wie? Ich wollte gerade sagen, ich kann den nicht looten, oder was? Steinschwert? Na toll, gib mir ein Steinschwert. Ole, ole. Und dafür verletze ich mich, ne? Ist klar. Gut, ich hab keinen Hammer dabei, ne? Oder? Doch, einen Hammer hab ich da. Also ich könnte mir rein theoretisch jetzt hier in der Nähe mal ein Feuerchen machen. Sollte ich auch vielleicht mal eine Erwägung ziehen. Und dann auch zum Strand rennen und, äh, versuchen da irgendwo mir einen gewissen Anhaltspunkt zu suchen. Ja, darum, ich lauf jetzt erstmal in eine Richtung, was aussieht wie Strand. Das müsste eigentlich hier in dieser Richtung sein. Sobald ich hier am Strand bin, vielleicht find ich da auch noch eine Feuerstille, wo ich das Ganze dann anmachen kann. Packt es erstmal in eine Richtung, lauft geradeaus durch und dann findet ihr irgendwann mal Wasser. Mal davon abgesehen, irgendwo hab ich hier Häuser gesehen und die sind auch schon wieder weg. Weil ich schon da dran vorbei bin. Nun, gut. Kann man machen mit dem Throwplay? Muss man aber nicht. Es ist echt interessant, also dass man, also hier muss definitiv mehr Content rein. Mehr. Ja, und selbst wenn es einfach noch ein, zwei Städte mehr sind oder drei Städte oder vier Städte. Ja, ich kann es nicht einschätzen, wie groß die Karte ist, ja. Bloß, ähm, aktuell, die Karte ist so gut wie leer. Wie tot. Need more Content. Lovely Developer. We, the player, need more Content. To consume the game. And enjoy it. Ähm. Was ist das da oben? Ist das da eine Drachenstatue oder was ist das? Ich mag mich ja täuschen, das sieht aus wie so eine Drachenstatue. Oder sieht das jetzt nur durch den, äh... Durch die Wolken so aus. Nee. Das da vorne ist doch wieder irgendwas Besonderes. Kann man mir doch sagen, was man möchte? Definitiv ist das da irgendwas Besonderes. Ja, eine Drachenstatue, sag ich doch. Krass. Was? 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 Zur Hölle? Was ist das? Was? Äh. Okay. Vielleicht kann mir ja jetzt einer sagen, wo ich bin. Kommt man da rauf? Ich möchte halt ungern ins Wasser gehen. Hm. Auf jeden Fall sind wir schon mal am Strand. Jetzt brauchen wir nur noch uns ein Feuer suchen. Dann haben wir es geschafft. Ach so. Eine Feuerstelle. Aber trotzdem krass. Ah, es sind halt so Merkmale. Aber hier ist nichts. Ja, ich meine nur so einen Riesen soll es geben. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Keine Ahnung, ob es den wirklich gibt. Developers, we need more content. Das gibt es doch nicht. Da wäre jetzt richtig cool gewesen, dass man da, was weiß ich nicht, so über irgendeine Stalpe, Stalpe stolpert, über so eine Falle stolpert, ja? Oder über so einen Schalter. Der dann den Drachen befreit. Und dann erst mal ihn aus einem ewigen Schlaf erweckt. Das klang komisch. Und, ähm, er einen dann angreift und dann, ja, man sozusagen fast instant kaputt ist. Es ist halt, man hat die megageile Rüstung. Und man vorher den Bären besiegt hat. Kann aber sein, dass es das auch schon gibt und ich halt nur nicht über die Falle gerannt bin. Hm. Fakt ist jedoch, bisher ist der Strand tot. Und wenn ich nicht bald ein Feuer finde, dann weiß ich es auch nicht. Ich muss mir echt überlegen, was ich hier als Markierung mache, wenn ich mich hier einmal im Kreis drehe. Was hätte ich vorher machen sollen? Ich hätte vorher echt an den Strand rennen sollen. Das fällt mir aber erst so im Nachhinein ein. An den Strand rennen sollen und dann sagen, pass auf, Junge. Jo. Warte mal. Nordwestlich war der Bär. Nordwestlich. Scheiße. Wenn ich jetzt südlich bin. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal einen Kompass herstellen. Ja, weißt du, hier ist mein Feuer. Jetzt suche ich ein Feuer. Ach, romantisch, diese Strandspaziergänge, oder? Gut, aber ich würde das mit dem Feuersuchen auf die nächste Folge verschieben. Denn wir sind schon wieder knapp am Ende. Und wenn ich jetzt nicht innerhalb der nächsten paar Sekunden hier instant ein Lager finde. Ich sagte, instant ein Lager finde. Leute, dann müsste ich das auf die nächste Folge schieben. Nee, ich will jetzt instant ein Lagerfeuer finden. Instant. Instant. Es gibt's nicht. Am Anfang, ja, so viele Lagerfeuer, so viele Stellen und hier ist nix. Liebe Entwickler, ich meine, wenn ihr schon so eine große Insel macht, warum macht ihr das dann nicht? Das ärgert mich so ein bisschen. Wirklich tot. Gut, also man könnte gerade hier am Strand so Andeutungen machen. Okay, wenn man jetzt auf einem Public-Server spielt, dann klar. So, war jetzt verfrust. Komisch. Komisch, dass ich echt nix finde. Gut. Tja, was soll ich sagen, liebe Leute? Ich muss das Video noch rendern, damit ihr es dann wirklich seht. Heute. Daher muss ich jetzt an dieser Stelle das wirklich beenden. Das gibt's doch nicht, ey. Guckt euch das an, das ist tot, das ist leer, da könnte so viel sein. Das ist doch ärgerlich. Naja, nun gut. Also ich bedanke mich ganz herzlich nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö.